Die Hosen reimen auch nicht, da fällt es nicht so aus. Bei den Hosen, achte mal drauf, da ist voll oft dann einfach überhaupt gar kein Reim. Ja, das wird aber überspielt von Campinos schöner Stimme und seiner tollen Körperhaltung. Campinos schöner Stimme, langsam reicht's. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend. Letzte Stunde vor den Ferien in unserem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast mit Abel Xavier Unsinn und mir, Janni Imhof. Wie ist es dir? Hallo. Hallo, herzlichen Glückwunsch nachträglich und wunderschönen Tag morgen Abend in die Welt hinaus. Super, ja, vielen Dank. Ja, ich war gut im Stress und hatte am Wochenende Geburtstag gehabt und deswegen ist die heutige Folge auch etwas spät. Ich hatte einfach echt meine Zeit und so weiter, das hier fertig zu schreiben. Und ja, aber was machen wir generell hier in dieser Folge? Und was machen wir generell in diesem Podcast? Denn jede Woche erzähle ich euch und Abel eine kleine oder längere Episode aus der Weltgeschichte, die weder er noch ihr wisst. Ja, also außer ihr lädt jetzt die Überschriften der Folgen, die Überschriften der Folgen und die Shownotes bringen uns auch tatsächlich HörerInnen, habe ich jetzt festgestellt. Ach was? Ja, ich habe unsere Stats gewälzt und zwar bei Google und das funktioniert, also offenbar gibt es irgendwie eine Google-Suche und aus der Google-Suche da wird manchmal unser Podcast hochgespült und wir kriegen daraus sogar Klicks. Ich weiß nicht, ob wir daraus HörerInnen und AbonnentInnen kriegen, aber am besten geklickt werden wir auf die Suchanfrage Erfurter Latrinensturz Podcast. Was für mich wiederum heißt, Pipi Kaka, das wollen die Leute hier. Adlige, die in ihrer Scheiße ertrinken. Ja, das ist der, das ist der, das ist der Klasseneid. Das ist ja auch explicit. Ja, wahrscheinlich und das sind ja nicht nur Adlige dann auch, sondern auch so Kirchenmenschen gewesen. Ja, genau und über solche Sachen und andere Sachen sprechen wir. Ich habe immer irgendwie eine witzige Episode aus der Weltgeschichte und am Anfang schicke ich Abel und euch auch noch immer ein bisschen auf die falsche Fährte und dann kommen wir über Umwege zum eigentlichen Thema und hinten raus sprechen wir noch über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und in unseren Shownotes haben wir auch noch Links zu den Playlists auf Spotify und YouTube mit den Songs, die wir hier entweder, die hier entweder das Thema sind oder die uns dazu einfallen oder Videos zu dem Ganzen, wenn ihr uns den Kram auch glaubt. und wir haben Social Medias und Abel geht jetzt mit euch in Social Medias Res. Ja, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das per Mail machen an geschichteungenuegend at gmail.com mit U-E, weil das Ü mag Gmail nicht. Ihr könnt auch auf dem Twitter uns was mitteilen unter dem Hashtag Handel ungenugend, da das Ganze einfach nur und ohne Pünktchen. Herzlichen Dank. Wir haben auch nach den Ferien haben wir bestimmt auch ganz viel YouTube und Instagram Präsenz und außerdem kann man mir auf LinkedIn folgen aus Gründen. Und wenn ihr das hier tagesaktuell hört, nämlich im Sommer 2022, wir machen Sommerpause. Wir machen Sommerpause und wir machen jetzt ganz konkret Sommerpause, weil das bestimmt natürlich derjenige, der hier immer das Wissen zusammenträgt. Ganz genau. Und aller Voraussicht nach machen wir den Juli über Sommerpause und sind mit irgendwas, was auch immer, sei es aus dem Urlaub aufgenommenes oder ins Telefon geschriene von der Telefonzelle vom Gardasee aus. Oh ja. Wir sind ab dem, ich sag mal, 9. August wieder für euch da. Genau. Ich gucke zwischendurch mal rein, vielleicht passiert dir zwischendurch noch irgendein kleiner Schabernack. Keine Ahnung. Okay. Speak for yourself. Einmal den Daumen da oben ziehen und neu laden lassen, das wird schon okay. Ja, uns fällt was ein. Was machen wir denn heute? Nee, warte mal. Wir sind noch nicht bei heute, wir sind nämlich noch in der Zwischenzeit. Ihr habt bestimmt noch nicht alle unseren gesamten Backkatalog gehört und man kann da ja auch jetzt in dieser Sommerzeit auch nochmal prima ältere Folgen rauskramen, weil wir haben exzellent geeignete Urlaubsfolgen. Was würdest du für einen Urlaub empfehlen? Ja, kommt darauf an, wo man so ein bisschen unterwegs ist. Da kann man ja entsprechend die Folgen auch wählen und was man glaubt, mehr so True Crime oder mehr so Reiseberichte, aber Frau Clare Stinnis, die einmal um die Welt reist, ist zum Beispiel eine schöne Sache für den Urlaub, würde ich jetzt sagen. Gerade für lange Autofahrten. Genau. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, oder für schnelle Autofahrten Folge 6 über die Bonobande und die Erfindung des Fluchtfahrzeugs. Oh ja. Das finde ich auch sehr gut. Ja. Oder wenn es mal wieder, oder die Klassiker, den Spreepark zum Auftakt, wenn es mal in eine Spaßveranstaltung gehen soll. Stimmt, wenn man mit den Kindern ins irgendwie Legoland fährt oder so, ja. Und wer noch schnell für den Strandkörper trainieren will, würde ich sagen, Folge 19 über Harry Gelbfarb und die Erfindung und die erste Fitte Deutschlands. Aber kommen wir zu heute. Sorry, lange Vorgelaber hier. Steigen wir ein. Und zwar die heutige Folge, da geht ein Dank an unseren Hörer F.S. Der hat mir nämlich dieses Thema mal als Tipp gegeben, schon vor ewigen Zeiten. Und es geht um Reginald Kenneth Dwight. Und der wird am 25. März 1947 im englischen Ort Pinner in Middlesex. Das ist heute, das ist heute irgendwie Großraum London, wie so vieles in England, Großraum London, so südlich von Watford. Okay. Und nordwestlich von London geboren, als Sohn einer Arbeiterfamilie. Der Vater ist einigermaßen spießig und bei der Royal Air Force beschäftigt und fiel nicht zu Hause. Dementsprechend sagt Reginald dann auch später, dass das sein Verhältnis zu seiner Mutter immer besser gewesen sei als zum Vater, aber auch die Mutter arbeitet und so kümmert sich die Großmutter weitestgehend um den Jungen. Und der junge Reggie, wir nennen ihn mal Reggie, der ist ein etwas übergewichtiges Kind in bester Geschichte ungenügend Manier, aber jetzt keine sechseinhalb Kilo bei der Geburt, wie bei so ein paar anderen. Und ja, obendrein ist er etwas kurzsichtig und schon früh zeigt sich sein musikalisches Talent. Das klingt so wie so ein Typ, dessen Namen man kennt, der aber einen Künstlernamen hat und seinen originalen Namen kennt man halt irgendwie nicht. Das sind immer so zwei Doppelvornamen. Ja genau, das ist richtig. Das ist absolut richtig und da kommen wir auch gleich zum Künstlernamen, da kommen wir später zum Künstlernamen. Aber erstmals sitzt er mit vier Jahren am Klavier, das hat ihm wohl die Großmutter ermöglicht, die hatte wohl eins und die hat sich auch viel um Reginald gekümmert und der Junge ist ein Riesentalent. Er bekommt mehrere Jahre lang klassische Klavierausbildung und wegen seines großen Talents auch schon mit elf Jahren ein Stipendium an der Londoner Royal Academy of Music. Nebenbei klimpert der junge Reginald in lokalen Pubs und schafft sich da auch so Standards und zeitgenössische Hits drauf. Moment, lass mich mal kurz überlegen, 47 hast du gesagt, also schon so Anfang der 60er der Rock'n'Roll beginnt langsam. Ja, so der Boogie Woogie, der Blues und der Rock'n'Roll, das geht so langsam los und Mitte der 60er spielt er in seiner ersten Band Bluesology. Okay. Und, ja, und die spielen alle so Cover-Standards und so. Und 1969 lernt er Bernie kennen. Bernie. Und Bernie, Nachname sage ich noch nicht, damit es noch ein kleines bisschen spannend wird, aber die meisten, ein paar wissen es jetzt schon. Und Bernie wird ihn lange als Freund und Mitarbeiter und Mitkünstler begleiten und er beginnt jetzt seine Solo-Karriere und legt einen kometenhaften Aufstieg Anfang der 70er, Mitte der 70er hin und er gibt sich basierend auf den Namen von zwei Pianisten, die er sehr toll findet oder zwei Musikern, die er sehr toll findet, einen Künstlernamen und der lautet? Äh, ich war die ganze Zeit bei Herrn Meat und Herrn Loaf, aber das wird wohl nicht stimmen. Meat Loaf ist es nicht. Ich glaube, der ist ein kleines bisschen jünger. Nein, das ist Elton John. Ja. Ah, okay, nee, das hört man. Elton John, nie gehört, was, wer? Nee, wer ist das? Okay, ja gut, dann wird die Folge ein bisschen kürzer. Jenny, jetzt bitte 35 Minuten Hot Takes zu Elton John, ich höre. Elton John, ja, also Elton John ist in meiner persönlichen Musikentwicklung immer links liegen gelassen worden von mir und er ist mir vor allem in erster Linie entgegengetreten, außer natürlich Songs im Radio, die man so kennt, durch seinen sensationellen Auftritt in der Muppet Show. Da ist er mir zum ersten Mal aufgetreten, wo er den Crocodile Rock spielt und das ist ganz fantastisch. Ansonsten ist, ja, hat er irgendwie, was soll ich den letzten John noch sagen, der ist mir nochmal begegnet bei diesem großen Freddie Mercury Tribute, als da einen großen Streit gab, ob er jetzt mit Axl Rose von Guns and Roses auftreten darf, weil Axl bei Slash irgendwas Homophobes gesagt hat, also austreten darf, ist gut, auftreten will mit denen und dann haben sie sich da irgendwie auf die Bühne aber wieder vereinigt und waren ganz glücklich miteinander, aber ehrlich gesagt werde ich dem guten Elton John nicht gerecht, weil ich dessen Musik nicht groß kenne, außer dass das fetzige Popmusik ist, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich. Ja, ich würde aber sagen, also Candle in the Wind finde ich fürchterlich, aber das ist ja auch schon so wie ein bisschen Spätwerk und was der jetzt von Lady Diana mochte und so, das weiß ich auch nicht so genau. Candle in the Wind ist gar nicht mal so sehr Spätwerk, weil das hat er ja ursprünglich über Marilyn Monroe geschrieben, das Lied und dann hatte er es nach dem Tod von Diana Spencer 1997, 97? Ja, 97, hatte er das dann nochmal als Goodbye, im Original heißt es Goodbye Norma Jean, also Norma Jean Baker, der bürgerliche Name von Marilyn Monroe und bei Prinzessin Diana hat er dann Goodbye Englands Rose, glaube ich, umgetextet. Verstehe, deswegen war das auch so ein Ding, alles klar, ich verstehe. Ja, aber ansonsten hast du, glaube ich, einige der wichtigen Highlights der Elton John Karriere, wo er sich mal ein bisschen weniger dezent angezogen hat. Ich wollte gerade, das wäre jetzt der nächste, so weniger dezent, also er hat sich, auf jeden Fall hat er immer sehr exaltierte Brillen, sind sehr wichtig bei ihm und überhaupt, sein Outfit war immer sehr bunt und fröhlich. Ja. Ja, aber bitte? Nee, ich glaube, er lief ja auch mitunter in den 70ern halt wirklich so rum, als hätte er da ein paar Mappets skalpiert. Und großartig. Und was ist noch, also was ich noch an großartigen Sachen von Elton John kenne, er hat 1975, das packen wir auch in die Playlist, ein ganz fantastisches Konzert im Dodgers Stadium gespielt, in einem Baseballstadion und da gibt er unglaublich Gas, das ist Wahnsinn. Das sind noch viele seiner frühen Hits, der hat auch in seiner frühen, seiner Karriere unheimlich viele Hits gehabt. Hast du jetzt neben hier dem Crocodile Rock, Crocodile Rock, ja. Genau, ja. Ja, das sind dann diese kleinen Krokodile, die immer sich schon mitsingen bei der Pabuk Mappetschok, kann man sich gut vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ja, ich bin klar. Ganz herzlich. Ja. Ja, ja, natürlich kenne ich das irgendwie alles, aber das ist bei mir sowieso mit Namen dazu ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Leg mal los. Ich fand noch, also ich persönlich fand noch toll, was war denn das, da war ich immer, das habe ich auch erst alles im Nachhinein gehört, aber ich tatsächlich, mein Vater hatte ein paar Elton John Platten, daran erinnere ich mich und ich glaube, I'm Still Standing fand ich super, weil das halt so richtig nach vorne geht und dann erinnere ich mich noch an das Musikvideo zu Nikita, wo er auch so eine Pelzmütze auf hat. Da sind wir aber schon in den 80ern, oder? Da sind wir weit in den 80ern, ja, ja, und hier, dann hatte er ja noch die Rolle hier in Tommy, diesem The Who Musik Pinball Wizard ist ja auch noch von ihm. Ah, okay, das wusste ich nicht. Er meinte auch, da hätte er nicht viel geschauspielert, seine schauspielerische Leistung wäre da hätte darin bestanden, in diesen wie 70 Zentimeter Plateau-Docks nicht umzufallen und sich alles zu brechen. Machen wir auch. Also Elton John gibt's viel zu gucken, gibt's viel zu hören, einer der erfolgreichsten Recording-Artists und hinten raus habe ich nochmal ein Hot-Take und einer seiner ersten großen Hits war Rocketman. Ja, das ist doch so ein Film. Anfang der 70er. Ja, das ist schon später das Film über Elton Johns Leben. Genau, das Biopic von vor drei Jahren. Hast du ihn gesehen? Nee. Dann gucken wir uns den beide die nächsten Zeit. Ihr guckt euch den auch an, wir packen den Trailer in die Playlist und bis dahin wissen und dann wissen wir alle mehr über Elton John. Jetzt kommen wir mal zu jemandem, ganz mal ein anderes, nämlich Hermann Julius Obert. Okay. Der kommt am 25. Juni, also auch gerade erst Geburtstag gehabt, 1894 in Hermannstadt. Schatz, wir brauchen einen Namen für den Jungen. Ah, weiß ich nicht. Wobei, ich sollte die Schnauze halten, unser jüngerer Sohn heißt auch noch an der Straße hier um die Ecke. Stresemann, Stresemann Imhoff. Ja, genau. Egal, also Hermann Obert kommt in Hermannstadt in Siebenbürgen. Dem heutigen Moldau. In Siebenbürgen, dem heutigen Transsilvanien zur Welt. Ja. Ist das nicht aber Chisinau? Nee, weiß ich nicht. Chisinau weiß ich nicht, wo das ist, aber ich habe später noch, in der Nähe ist Kluj, C-L-U-J und er entstammt einer Bevölkerungsgruppe, die man gemeinhin als die Siebenbürger Sachsen bezeichnet und die waren schon ab dem 12. Jahrhundert dorthin migriert. Das war so eine Bewegung, dass man die Leute aus den zentralen Bistümern des Heiligen Römischen Reiches eher so an die Randgebiete umsiedelt, um sozusagen da auch ein bisschen mehr in Richtung, jetzt nicht wirklich Staat zu machen, aber doch ein bisschen Staat zu machen. Und das waren sieben Bürger aus Sachsen und die sind dann dahin gezogen. So, und jetzt müssen wir mal über Sachsen sprechen. Nein, wir müssen nicht über Sachsen, aber wir könnten jetzt über Sachsen sprechen und die Leute kamen nicht aus dem, was heute das Bundesland Sachsen ist, sondern kamen aus Gebieten der damaligen Bistümer Köln, Trier und Lüttich. Okay. Kennst du dich mit der Geschichte von Sachsen wegen der Nieder und der Angel und so weiter? Also ist das eine Völkerwanderungsgeschichte mit den Sachsen oder ist das so ein bisschen später eigentlich, oder? Ganz klar meine Antwort, wenn man mich fragt zu solchen Sachen. Ja. Ich muss weg. Nee, bin ich einigermaßen blank. Ja, das müssen wir nachgucken. Okay. Nee, aber was ich dann, also was ich nicht wusste, das ist nicht wirklich dieses Sachsen, heute irgendwie Leipzig, Dresden und so weiter, sondern nochmal ein ganz anderer Begriff und die Leute kamen dann teilweise so aus dem Hunsrück, aus dem Westerwald und so weiter. Aber zurück zu Hermann Obert. Der junge Hermann ist ausnahmsweise mal nicht schwer bei der Geburt und auch nicht kurzsichtig, aber er steckt die Nase gern in die Bücher, wie so viele andere Dudes, über die wir hier reden und er geht unheimlich auf Jules Verne ab und seine Lieblingstitel von Jules Verne sind, vielleicht erkennst du und musst da, die Reise zum Mond und von der Erde zum Mond und das war es auch schon. Und ja, er geht Weltraum, Sci-Fi, also in erster Linie halt Weltraum, da geht er komplett drauf ab und er macht sich wahnsinnig viele Gedanken darüber. Er geht da drin total auf und er macht sich so viele Gedanken, dass er irgendwann als Schüler auch schon anfängt, das Ganze mal so nachzurechnen und nachzudenken, was Jules Verne da so schreibt und er kommt dann irgendwann auf die Idee, ja, Moment, mit der Kanone, in dem einen Jules Verne werden sie mit einer Kanone zum Mond geschossen. Das kann ja nur nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil bei diesem Anpressdruck, das würden die Menschen nicht überleben, sondern man braucht da viel zu viel. Das heißt, der ist so einer wie diese Star Trek-Nerds, die dann nachrechnen, was jetzt irgendwie an der Ionenkanone richtig ist oder was an einem irgendwie Warp-Antrieb jetzt irgendwie doch nicht möglich wäre. Ja, das was gemeinhin so bei Popkultur so die Suspension of Disbelief, dann heißt das, klappt bei ihm nicht so. Ja, genau. Beziehungsweise er denkt sich, Moment, wieso ist das denn Fiktion? Wieso machen wir das nicht in echt? Das ist doch voll geil. Weltraum. Und das, der baut diese ganze Leidenschaft, der baut sein Leben da wirklich drum herum. Und im Schwimmbad springt er gerne vom höchsten Sprungturm, um zumindest kurz so was wie das Gefühl der Schwerelosigkeit zu erleben. Und er kommt halt relativ früh drauf, der einzige Weg, Erdanziehungskraft zu entgehen, ist, und das ist ein Wort, das ich die nächste halbe Stunde ganz oft sagen werde, eine Rakete. Okay. Die Rakete, es wird für Hermann Obert das, was für Parmontier die Kartoffel ist. Also alles für den Weltraum, alles für die Rakete. Und er fängt auch schon in seiner Jugend an, so solche Sachen so durchzurechnen, wie man sowas denn eigentlich machen könnte mit dem Weltraum. und 1912 macht er sein Abitur und beginnt aufgrund des Wunsches seines Vaters, der Vater ist Chirurg, ein Studium in, na, welchem Fach? Äh, Mechanik, wie heißt denn sowas? Ähm, 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 Explosionswissenschaften. Ich steige nochmal, ich steige nochmal neu in den Witz ein. Der Vater ist Chirurg und der wünscht sich, dass der Sohn auch was studiert. Und was soll der Sohn studieren? Aber was er soll, er soll, ja, er soll wahrscheinlich vielleicht noch Arzt werden. ja, nee, Medizin, und zwar in München und, ähm, er studiert Medizin in München, weil der Vater das so will. Ach so. Und nebenbei besucht er aber auch Veranstaltungen an der Technischen Universität. Ja. Ich dachte mal, eine Zwischenfrage schon, ähm, vielleicht kommt das ja alles noch, aber, erstens, etymologisch das Wort Rakete kommt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig, kommt mir, weiß ich nicht, nicht mal richtig lateinisch vor. Oder zweites, ähm, wann, wann gab's denn das erste Ding, wo Leute gesagt haben, dit ist ne Rakete? Weil das jetzt ja, also wahrscheinlich irgendwann als Waffe, aber es gab Kanonen, da wurden ja aber tatsächlich wirklich nur die Dinger gefeuert, die dann da irgendwo wieder eingeschlagen sind, aber das dann wirklich irgendwie, was mit Verbrennungsmotor aus der Schwerkraft halt rausgefeuert wird, um irgendwie weite Strecken zu überwinden, das muss ja weit nach dem Flugzeug eigentlich sein. Ähm, nun, ja, kommt ein bisschen drauf an. Also Feuerwerk gibt's halt schon länger, vielleicht hat man die Raketen genannt? Ja. Kommt's da her? Und zwar, äh, und zwar Rakete kommt wohl aus dem italienischen Rocchetta, die Spindel. Und, ähm, ja, dann wird hier in, in den allfälligen Lexika, wird dann halt auch gesagt, die erste Rakete war so ein Schwarzpulver angetriebenes Ding aus China. Und, ähm, genau, viel so die, also Raketen als Geschütze, als irgendwie Brand, Brandgeschütze, das gab's immer mal wieder. Mhm. Und, ähm, aber in erster Linie ging das halt, äh, so um irgendwie einen Knalleffekt, auch so Pferde erschrecken und so weiter. Und da wurde halt, die konnten halt noch nicht so viel Mengen an Sprengstoff tragen. Also das ist jetzt aber wirklich so, Rakete gab's immer mal schon im militärischen Sinn. Ihm geht es aber darum, mit einer Rakete und so einem mehrstufigen Antrieb wirklich halt die, äh, da wo die Atmosphäre dünner wird, Schwerkraft zu überwinden, die Schwerkraft zu überwinden und in den Weltraum vorzudringen. Ja. Und das ist sein Ding. Ähm, Medizinstudium hin oder her. Nun, 1914 beginnt ein Weltkrieg und Peng Obert wird verwundet und, ähm, arbeitet nach seiner Genesung in einem Lazarett in Schessburg, heute Segeshwar. Und, ähm, ja, nach dem Krieg setzt er noch kurz sein Studium der Medizin fort, um aber doch schlussendlich das Studienfach zu wechseln. Er studiert in Clausenburg, das heutige Kluge, ich hoffe, das spricht man so aus, München, Göttingen und Heidelberg, Physik. Und 1922 erscheint seine Dissertation nicht. Beziehungsweise, äh, so fachlich wohl vollkommen okay, aber man sagt halt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, die ist doch viel zu fantastisch. Und die ist doch gar nicht astronomisch, sondern eher eine technische Schrift. Und, ähm, Ah, okay. Also, der will eher, der will eher darlegen, so ein bisschen, was er eigentlich vorhat, mit dem ganzen Wissen, was er sich da zusammengesammelt hat. Und der will gar nicht nur irgend so ein Wissen wieder kauen. Ja, genau. Das Ding heißt, die Rakete zu den Planetenräumen. Er hat das Ding nicht in der Schublade, aber er hat es durchgerechnet, wie man das in Zukunft machen könnte. Nun, ist aber leider noch Gegenwart und noch nicht Zukunft. Und man will sein Ding da, ich habe es keine Ahnung, erobert, ey. Es gab halt auch keinen, der das... Schreiben Sie doch mal einen Roman. Ähm, ja. Hold your horses. Nee, er schreibt keinen Roman, sondern er erweitert seine Dissertationsschrift und, äh, immer wieder über die nächsten Jahre und veröffentlicht die dann eben nicht als Doktorarbeit, sondern als kommerzielles Sachbuch. Okay. Und das heißt dann irgendwann nicht mehr die Rakete zu den Planetenräumen, sondern die 1929er-Auflage heißt Wege zur Raumschifffahrt. Und, wie gesagt, damit war er weltweit einer der Ersten, die jetzt nicht nur utopisch vom Weltraum träumten oder Sci-Fi geschrieben haben, sondern das Ganze schon mal durchgerechnet hat. Und... Zumindest diese ganze Technik, wie komme ich da raus? Was dann da oben ist, das war wieder ein anderes Thema, aber erst mal, wie ist es überhaupt... Also tatsächlich, wie Leute heutzutage irgendwelche Gedanken sich darüber machen, wie könnte man jetzt tatsächlich Raketentechniken bauen, die nah an die Lichtgeschwindigkeit ranreichen, auch wenn es total utopisch ist, die jetzt heutzutage zu bauen. Aber wir müssen ja erst mal überlegen, was für technische Voraussetzungen müsste man denn eigentlich hinkriegen, um das zu machen. Ja, vollkommen. Und er stellt dann in den Zwanzigern ein paar Thesen dazu auf in dieser Arbeit. Und die zitiere ich jetzt mal. Obwohl die grammatikalisch, ich weiß nicht, wieso die sich so grammatikalisch, die holpern so ein bisschen. Jetzt alle festhalten, anschnallen, die Rakete startet. Hohe G-Kräfte. Der Bau von Maschinen ist möglich, die höher steigen können, als die Atmosphäre reicht. Fakt. Bei weiterer Vervollkommnung vermögen diese Maschinen derartige Geschwindigkeiten zu erreichen, dass sie im Ätherraum, ich meinte im Weltraum, sich selbst überlassen, nicht auf die Erdoberfläche zurückfallen müssen und sogar imstande sind, den Anziehungsbereich der Erde zu verlassen. Derartige Maschinen können so gebaut werden, dass Menschen wahrscheinlich ohne, in Klammern, wahrscheinlich ohne großen gesundheitlichen Nachteil mit emporfahren können. Viertens, unter den derzeitigen Bedingungen wird sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Und damit meint er ökonomisch lohnen. Weil am Ende ist das halt auch so ein bisschen so eine Suche nach Investoren. Naja. Hat er eine Begründung, inwieweit sich das in irgendeiner Weise ökonomisch lohnen soll? Er hat so ein paar Ideen, wie den, dass man halt mit zum Beispiel sehr viel schnelleren Transport machen könnte. Also wie diese, so Flugzeuge, die, oder Flugmaschinen, die in irgendeiner Weise die, sozusagen die, ja, in den Orbit gehen und dann einfach schnellere Passagierluft, Schifffahrt, ist so eine der Geschichten. Und, ja, vielleicht könnte man auch eine Weltraumstation haben und er hat auch überlegt, dass man, er hat haufenweise Ideen da rausgehauen. Zum Beispiel könnte man auch, ja, vielleicht von dann irgendwie in den Weltraum, da hat man so eine Station und die beleuchtet dann unten und Schiffe können daran navigieren. Also das heißt, der Typ hat auch noch Setnav irgendwo in der Schublade gehabt. Der hat, der hat die ganzen Dinger da schon angehen. Visionen hat er. Ja. Visionen auf jeden Fall. Dementsprechend geht er zum Arzt und der sagt, Obert, nein. Zu seinem Vater? Ja, der schneidet ihm dann, nein, Quatsch. Wie gesagt, also die wissenschaftliche Karriere macht er damit nicht, aber er findet Gleichgesinnt und er findet Fans. Und 1927 tritt er einem neuen Verein in Deutschland bei, nämlich dem Verein für Raumschifffahrt. Und das waren Leute, die ihrerseits von Oberts Buch sehr beeinflusst waren. Und da saß man dann zusammen. Aber das waren dann, Entschuldigung, das waren dann eher so Amateurwissenschaftler wahrscheinlich. Eben nicht die Leute, die jetzt wirklich an irgendwelchen tatsächlichen Flugschiffen oder sonstigen Flugzeugmotoren basteln, sondern Leute, die wirklich eher so ein bisschen spinnert wirken für den Außenstehenden. So klingt das jetzt erstmal. Teils, teils. Einige waren halt schon sehr, ja, es ist halt sehr seiner Zeit voraus, aber vielleicht auch nicht so weit. Und wenn man sich nur drum kümmert und wenn man vielleicht auch noch irgendwie Geldgeber kriegt, dann können wir diese Zukunft vielleicht ein bisschen näher an die Gegenwart ranholen. Und die, ja, die Zeitschrift des Vereins hieß, du darfst einmal raten. Von der Erde zum Mond. Die Rakete. Die Rakete. Natürlich heißt es die Rakete. Die neue Rakete ist im Briefkasten. Und Hauptfinancier, Hauptfinancier war der industrielle Fritz von Opel mit Spitznamen Raketen Fritz. Der hat unter anderem mit so Bauten des Vereins Raketenautodemonstrationen auf der AWUS gemacht. Also dann nicht in den Weltenraum, sondern Richtung Schallonburg. Haben die nicht auch, und das weiß ich jetzt, ob ich mir das einbilde, haben die nicht auch versucht, eine Eisenbahn mit Raketenantrieb zu bauen? Oder hatten die sowas? Oder war da nicht sowas? Nein, das klingt auf jeden Fall wie was Geiles aus einem Quartett oder aus einem lustigen Geschichtspodcast. Gut. Wir waren beim Verein für Raumschifffahrt, wo sich viele Raketenenthusiasten sowohl aus Wissenschaft, aber auch ein paar aus der Industrie sich getroffen haben. Und 1928 wird Obert sowas wie der wissenschaftliche Berater würde man heute sagen. Bei einem Film, geschrieben von Thea von Harbus und Regie führt Fritz Lang. Die 1928 erscheint zu Die Frau im Mond. Und in diesem Film wird etwas erfunden, was die Raumfahrt und unsere Populärkultur und unser populäres Wissen über die Raumfahrt immer noch beeinflusst, nämlich der Countdown. Zitat Fritz Lang. Als ich das Abheben der Rakete drehte, sagte ich, wenn ich 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 zähle, weiß das Publikum ja nicht, wann es losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle, 10, 9, 8, ich überspringe das jetzt hier, 0, dann verstehen sie. Das heißt, das kommt von Fritz Lang tatsächlich, der Countdown. Das habe und ja. Und er wird dann später auch nochmal in den 60ern irgendwie von der NASA eingeladen, schon ganz alt. Und da sagen sie ihm, ja, ja, wir haben das aus dem Film. Also beziehungsweise das hat sich dann von daher irgendwie fortgesetzt. Und wie weit obert, dann es gibt einen biografischen Roman, da sage ich später auch noch was drüber, über so einen historischen Roman überobert, wo ihm das zugeschrieben wird, dass er das da mit Fritz Lang wohl eingedealt habe. Und ja, es ist auch geplant, zur Premiere des Films eine Rakete in Berlin starten zu lassen. Und das Ganze ist aber leider an der Zeit und an logistischen Problemen gescheitert. Ah ja. Ja. Kommt denn hier irgendwie dann eine olle Nazi von Braun auch noch an den Start irgendwie? Weil das Einzige, was man so als, wenn man zum Raketenwissenschaft geht, dann kennt man halt diesen Wernherr mit Haar in der Mitte. Ja. The Original Rocketman, SS-Sturmbahnführer von Braun, kommt auch noch vor. Na klar. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Und weil wir nähern uns ja langsam auch schon den 1930ern. Und 1934, da gehen die Quellen auseinander, tritt obert entweder in sowas wie die transsilvanische NSDAP oder in die transsilvanische nationalsozialistische Selbsthilfe ein. Denn es ist ja, also diese Siebenbürger Sachsen sind so was wie, oh, da bin ich jetzt nicht tief eingestiegen, schreibt uns gerne böse E-Mails. Der ist Rumänien-Deutscher oder sowas wie ein Volksdeutscher und aber kein Einwohner des Deutschen Reichs und hat keinen deutschen Pass. Aber, äh. Das heißt, der bleibt aber da in seiner Gegend erst mal aktiv. Das heißt, der hat dann zwar, was weiß ich, den Göttingens dieser Welt, dieses Reiches damals, des Landes studiert, aber der lebt dann schon wieder da an Hermannstadt oder wo auch immer. Genau, er ist irgendwo in Siebenbürgen, ist er zu der Zeit, glaube ich, Gymnasiallehrer. Und, äh, ja, aber er fühlt sich sehr deutsch und sehr national und wenn mir das erlaubt, ist es auch ein bisschen deutschnational und, ähm, in der Zeit, irgendwann in der Zeit schreibt er wohl auch einen Brief an Hitler persönlich, um diesen von der Wirkung und Macht der Raketenwaffe zu überzeugen. Aber im Prinzip sind die Nazis ihrerseits auch relativ heiß auf diese neuen Raketentechnologie und vor allen Dingen deren spekulative militärische Anwendung. Und in der Zeit, da verbessert sich auch die Ausstattung und das Renommee der deutschen Raketenforschung und da ist eben, ähm, Werner von Braun, der wirklich auch sozusagen implizit ein Schüler ist von, ähm, von Obert. Der hat die Sachen gelesen, der hat halt eben auch die Rakete zu den Planetenräumen gelesen und sich davon sehr inspirieren lassen. Also der hat viele für seine damaligen Zeitgenossen, hat er eine große Wirkung gehabt. Ja. Er arbeitet dann später auch mit, äh, Sturmbannführer hatte ich schon, winke, winke, Sturmbannführer hatte ich schon gesagt, mit dem arbeitet er später zusammen mit von Braun. Ähm, erst mal lehrt er in den späten Dreißigern an den Technischen Hochschulen in Wien und Dresden und 1941 wird er dann angeworben für die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, wo die, ähm, wo die Leute mit ihren ganzen militärischen Raketen rumgearbeitet haben. Warst du zufällig mal da? Wo dann ja auch die, in Peenemünde war ich tatsächlich noch nicht, aber das ist da, wo diese V2 dann, glaube ich, auch hergestellt wurde. Oder ist die da eigentlich auch dann gestartet? Also sind die da abgefeuert worden? Die wurde da entwickelt. Und ich denke mal, die werden auch die Prototypen, ähm, gestartet haben. Von wo aus sie genau abgeschossen wurden, habe ich jetzt gar nicht genau geguckt. Wir gucken nochmal später in die Herstellung des Ganzen. Und ja, eine Zeit lang arbeitet er tatsächlich auch mit an der, ähm, an der V2. Aber er hat Kritik an diesem V2-Programm. Also V steht in dem Fall für Vergeltungswaffe. Und das sind halt, ähm, Raketen mit einer gewissen Sprengstofflast, die vom Deutschen Reich aus, insbesondere auf London und Antwerpen abgeschossen wurden. Ich glaube, ein oder zwei auch auf Paris. Und es ging in erster Linie halt gar nicht so sehr um Sprengkraft und um die Zerstörung von Zielen, sondern um die psychologische Wirkung, weil die kamen einfach schneller als Flugzeuge. da gab es keine Abwehr, dann macht es bumm. Und das war dann halt einfach, ähm, ja, so auch eine psychologische Waffe. Ähm. Das heißt, der ist aber schon, also jetzt von seinem Amateurstatus zu einem geachteten Wissenschaftler da aufgestiegen. Er ist der absolute Pro da. Und er hält sich auch für den absoluten Pro. Und er sagt dann später auch, ähm, hätte man mich früher geholt, hätte Deutschland den Krieg noch gewonnen. Sehr sympathisch. Ja, also weil er war, und jetzt machen wir eine kleine Tangente, weil es eigentlich ganz spannend, er sagt halt, so eine, so eine Raketenwaffe, die vor, gerade vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges, ähm, dachte sich obert, dass so eine Raketenwaffe, so einen Krieg, viel schneller entscheiden kann, als mit diesem jahrelangen Gemetzel in den Schützengräben. Er hatte da wohl auch irgendwo im Hinterkopf und hat sich das, glaube ich, auch selber geglaubt, das ist eine humanere Lösung. Ja. Naja, das Ziel wird schneller erreicht und unsere Leute kommen weniger bei um und vom anderen dann vielleicht auch und das schadet ja auch nichts. Also es geht ja darum, den Krieg zu gewinnen. Das sind ja, das habe ich ja eben so despektierlich gesagt, dass es schade drum ist, dass er sich da so reingestellt hat, aber, naja, das war ja ganz normal, die deutsche Bevölkerung war zum großen Teil natürlich auch ein Fan des deutschen Krieges, der da geführt worden ist. Ist ja nicht, dass die gesagt haben, der blöde Hitler macht den Krieg und wir finden das doof, sondern die waren ja, da kann man ja alle Aufzeichnungen, wenn man mal auf den Dachboden geht und die Aufzeichnungen von Omas und Oopas mal durchliest, dann findet man ja genau die Aufzeichnung, wo drin steht. Hoffentlich geht das alles gut hier. Ja, aber genau über die Kritik am V2-Programm, das ist ja, das macht ja gar nicht genug kaputt, da hatten wir schon gesprochen, aber unter dem Decknamen Fritz Hahn arbeitet er da von 1941 bis 1943 und von 1943 bis 1945, da wird er versetzt in die Nähe von Wittenberg und da ist er mit der Entwicklung einer Feststoffrakete, also die bisherigen Raketen haben alle flüssigen Treibstoff und man überlegt jetzt irgendwas Festes zu nehmen, wovon man vielleicht mehr reinkriegt in die Rakete, was vielleicht auch ein kleines bisschen sicherer ist. So, und nochmal zur V2 und deren Zerstörungskraft, das hat mir ja, da habe ich auch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, dass nämlich bei der Produktion dieser Raketen im KZ Mittelbau Dora mehr Menschen gestorben sind, als bei den tatsächlichen Raketenangriffen, wo so, also ich habe jetzt hier Zahlen gehen teilweise auseinander, es ist so rund 12.000 für die, sozusagen diese Vernichtung durch Arbeit, hieß es da. Also es wurde halt explizit. Ich wollte aber gerade sagen, das lag dann an, ja. Ja, es ist nicht so, dass die Raketen da umgefallen sind, oh jetzt ist es schon wieder, oh schrecklicher Unfall, nein, die Leute wurden da hingeschickt zum sich totarbeiten. Ja, das ist, ja. So. Ja, ähm, Achtung Spoiler. Vor allem auch, glaube ich, auch vor allem, glaube ich, auch durch diese, die haben doch vor allem ganz viele, naja, so unterirdische Höhlen gebaut, damit halt da auch zu Kriegszeiten halt diese Kriegsproduktion irgendwie geschützt ist und wenn die in kürzester Zeit halt da irgendwie so ein Ding durchbuddeln, da werden die Leute halt einfach so, buddeln sie halt, bis sie tot umfallen. Genau. So war das, ja. Und das war ja Zweck der Veranstaltung auch. Ja. Und nach der Spoiler-Alert-Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg beginnen natürlich die USA sehr schnell, also die Sowjetunion auch, aber bei den USA, die greifen sich halt sehr schnell die deutschen Raketenforscher und ähnliches Personal. Und das sind zwei, das ist einmal die Operation Overcast und die Operation Paperclip, die dazu, wenn ihr dazu nochmal tiefer, da gibt es auch exzellente Podcast-Folgen, kann man einfach mal ein bisschen rumsuchen. Und da ging es darum, eben diese Raketenforscher und ähnliches Personal für die USA anzuwerben, überzusiedeln und einzubürgern, dass die da eben weiter Raketen bauen, dann eben für den Rüstungswettkampf gegen die Sowjetunion. Ja. Ja, das ist ganz interessant, weil natürlich immer mal, hatten wir früher mal eine NTV-Doku gesehen, über dann irgendwie wie dann die amerikanische Raketenprogramm halt dann von unserem Deutschen Werner von Braun mit nach vorne gebracht worden ist. Was da vorher los war, wird dann meistens nicht so ausführlich erzählt. Aber dass das halt eben nicht nur diese eine Gestalt ist, das ist halt die bekannte Nase, die man so dann aus diesen Dokus immer kennt. Und der vielleicht auch vom, jetzt weiß ich ja nicht, was der Obert für ein Typ war. Der Werner von Braun war ja auf jeden Fall einer, der sich auch gut zu verkaufen wusste und halt auch so ein Wissenschaftler war, der sehr gut wusste, wie er sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Ja, keine Ahnung, was mit dem Obert passiert, wirst du ja gleich noch erzählen. Ja, das ist eine exzellente Frage, hätte ich jetzt fast gesagt. Der Obert kam mir so vor, als wäre er zwar so ein visionärer Denker, aber jetzt so im persönlichen Branding nicht besonders toll. So oder so, er geht weder in die Sowjetunion noch in die USA. Er bleibt in Deutschland und muss sich für seine Aktivitäten in der Zeit auch kaum rechtfertigen. Und der, ich hatte ihn schon mal erwähnt, es gibt diesen biografischen Roman überobert von dem, das ist ein deutscher Physiker und Hamburger Autor, Daniel Mellem. Und der zitiert einen Historiker wie folgt, trotz vermutlicher NS-Sympathien kaum belastet. Hier ist ein Glas Trinkwasser, kaum belastet. Prost. Trinkt man es dann? Ah, weiß ich nicht. Jedenfalls spielen seine Verstrickungen in der Zeit in der Bundesrepublik keine besonders große Rolle, seine wissenschaftlichen Verdienste umso mehr. Er bekommt zweimal das Bundesverdienstkreuz angeheftet, einmal in den 60ern und einmal in den 80ern. Und er arbeitet dann in den 50er und 60ern nochmal bei der, er ist in der Schweiz, er arbeitet für die italienischen Marine an einer Feststoffrakete und sein Schüler von Braun holt ihn nochmal als Berater in die USA, wo er auch an den Grundlagen der bemenschten Raumfahrt beteiligt ist. Und ja, das ist interessant, aber vorher noch kurz, wofür hat er sein Bundesverdienstkreuz gekriegt? Seine Kümmerung um diese Entwicklung von Raketen. Genau, für Rakete, Raumfahrt, Pionier, genau, ja. Der hat sonst auch nicht viel gemacht, der hat immer nur Rakete gemacht. Also, so über, er hat, er hat geheiratet und vier Kinder, aber so Hobbys oder so, der war jetzt nicht, hat jetzt nicht irgendwie noch Klavier gespielt in der Band Bluesology oder so, der hat Rakete gemacht. Ja. Und, ja, wobei doch eine andere... Wie lange ist denn die, wie lange ist denn die Zeitschrift erschienen? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, der Verein ist dann auch irgendwann, in dem Maße, also in dem Maße, wo es dann sozusagen für die Nazis interessant wurde, mussten die halt nicht mehr so privat rumraketen, sondern es gab halt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Und zwar, das war eben nicht das Zivile, sondern halt ganz klar das Militärische. Aber ich glaube, er war dann auch nochmal ganz froh, das auch noch in der zivilen Nutzung zu sehen. Und ich glaube, er hat dann auch in den 50er, 60ern und 70ern auch immer nochmal vor dem Fernseher gesessen. So, hier Raketen. So, gezeigt, wie in diesem Meme mit Leonardo DiCaprio, wo er so eine Kippe in der Hand hat und eine Dose Bier. So ein Tarantino-Film gleich, wo er so zeigt, guck hier, das habe ich erfunden. Das habe ich erfunden. Ja, genau. Weil es ist halt auch wirklich, das, was er über so die zivile Raumfahrt schreibt und diese Thesen, die er aufgestellt hat in den 20ern, das hat sich alles bewahrheitet. Obert, entsteht doch mal die Geschichte mit der Rakete. Ja, besser als wenn man Obert was anderes erzählen lässt, denn er bleibt auch noch politisch aktiv. Ach je. Ja. Und in den 1960ern tritt er in eine Partei ein in Deutschland. Das ist eine Vermutung. Die NPD. Ja, die NPD, vollkommen richtig. Und das beschreibt er wie folgt. Ich zitiere. Wir brauchen eine Opposition, die für die Wahrheit wirbt und nicht nur für das Recht der einstmals Nazi-Verfolgten, sondern auch das Recht der heute Verfolgten vertritt. Also so diese übliche, rechte Opferscheiße. Ja. Es tut mir leid, dies sagen zu müssen, aber wir brauchen eine Opposition, die die deutsche Regierung von Zeit zu Zeit mahnt, auch an die Interessen der Deutschen zu denken. Ich will Gerechtigkeit für alle Völker, auch für das Deutsche. Zitat Ende. Ich muss mal hier mal... Dem deutschen Volk ging es ja auch sehr schlecht. Nein, ich muss mal den Mund durchspülen. Ja. So ein brauner Soße kriege ich immer Sodbrennen. Das ist immer so schön, wenn, das hatte ich letztens irgendwas gelesen beim Twitter, das fand ich sehr passend, wenn sich halt die Leute, die riesige Privilegien haben, wenn denen dann mal ein fitzelig von Privilegium abhanden gerät, tun sie gleich immer so, als wenn sie die größten Unterdrückten von der ganzen Welt wären, wenn es das gleiche wäre, wie die Leute, die die ganze Zeit schon nichts haben. Ja, oder selbst, wenn man nicht mal selber was weniger hat, sondern nur, weil die anderen ein bisschen mehr haben, ist ja schlimm. Ja, aber er hat auch, er bedauert auch ein paar Sachen aus seiner Karriere, und zwar in erster Linie, dass seine Raketen nicht mörderisch und zerstörerisch genug waren. Und zwar bei der, er wird Ehrenmitglied, 1962 wird er Ehrenmitglied des Verbandes der Vertriebenen und sagt bei seiner Dankesrede, Zitat aus dem Spiegel hier, ich hatte gehofft, eine Rakete zu finden, die den Schandvertrag von Versailles hätte zerschlagen können. Das ist mir nicht gelungen. Also das Einzige, was er bedauert hat, ist, dass seine Rakete nicht noch krasser bumm gemacht hat. Ja. Ja, das ist also, aus meiner eigenen historischen Forschung, die ich ganz kurz zumindest für meine Registerarbeit betrieben habe, sind mir immer mal wieder so Leute begegnet, aber hat es der Zeit, wenn die dann schreiben, in der Nachkriegszeit, und so wirkt das für mich ja auch, diese, ja, wie soll man das sagen, wenn der halt schon in der entnazifizierten, in Anführungsstrichen, Bundesrepublik diese Sachen so selbstbewusst sagt, dann weiß man ja auch, dass der dieses Einstehen für Deutschland gegen, eben die Unterdrückung der Welt gegen Deutschland ja einfach, einfach richtig findet und damals eben auch richtig fand und deswegen, gerade weil die Nazis und Nationalsozialismus dieses Programm ja auch hatte, Deutschland halt über alles zu stellen in der Welt, das halt einfach ernst nimmt und dann auch eben konsequent weitermacht und wenn das halt eine Gefahr ist, dann muss sich halt beschwert werden. Ich schicke dir im Nachgang nochmal, ich packe den auch in die Shownotes einen Link, denn es gibt, wo er dann nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt hat, in Feucht bei Nürnberg, da gibt es ein Museum zu seinen Ehren und also das gibt es auch noch, ja, zu seinen Ehren. Ja, ja. Ich wollte nämlich auch schon nochmal fragen, wann er dann, wofür genau nochmal seine Ehren, seine Bundesverdienstkreuze gekriegt hat, weil auch in der Bundesrepublik war es glaube ich nicht so üblich, dass NPD-Mitglieder Bundesverdienstkreuze kriegen. Der hatte eben die Vision von der Reise zu den Planetenräumen und der hatte aber auch überhaupt keine Probleme damit, dass Zwangsarbeiter diese Rakete herstellen. Das geht ein bisschen in das, was ich glaube ich sagen wollte eben, ich finde, es ist überhaupt nicht widersprüchlich. Der hat diese Vision von dieser Raketerei und findet das eine wichtige Geschichte und trifft auf ein politisches Interesse, was auch seins ist, nämlich Deutschland in der Welt gut dastehen zu lassen und wenn das halt notweise mal mit einem Krieg sein muss, dann muss das halt mit einem Krieg sein und da tut er sein Teilchen halt bei, mit den Kenntnissen, die er hat. Das passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Er hatte ja offensichtlich auch keine Reue gezeigt, dass Leute da irgendwie ihr Leben verloren haben durch die Technik, die er entwickelt hat, sondern das ist ja eine Sache, die notwendig war, um Ziele zu erreichen, die er für richtig gefunden hat. Also finde ich gar nicht widersprüchlich, würde ich sagen. Er hat natürlich was vorangetrieben, was jetzt erstmal auch neutral total Töfte sein kann, wie so Raumfahrt. Ja und in der, ich spring jetzt mal in die Popkultur rein und da haben wir natürlich wieder Star Trek, da gibt es eine Schiffsklasse, die die Obert-Klasse ist und dann natürlich noch die üblichen Krater und Asteroiden und so ein kleines Weltraum, ein Obert-Museum eben in Feucht und da gibt es auch ein Interview, ich glaube, der Titel des Interviews ist auch so, Obert ist nicht betroffen. Also der hat halt wirklich dieses, was man auch dann im Jargon dann nach dem Krieg als Persilschein, also reingewaschen. Ach so, betroffen im Sinne von ihm. Er hat einen Zettel, wo draufsteht, dass er kein nationalsozialistischer Täter war. Und ja, und Mellem findet diese, der findet dann eine ganz gute Balance, wo er halt sagt, ja so auf der einen Seite, ja, das ist halt so dieses Wissenschaftliche, auf der anderen Seite, er weiß halt nicht, ist das irgendwie, hat er das so gesagt, um dann seine Raketengedöns zu machen oder war er, war der wirklich so die Rakete eben zum Zerstörungszweck gesehen, hat er das gleich mitgedacht? Das bleibt spannend. So, genau, ich hatte, jetzt habe ich ihn schon so oft erwähnt und das Buch gar nicht genannt, das heißt nämlich Die Erfindung des Countdowns aus dem Jahr 2019, meine ich. Aus dem Jahr 2000 gibt es ein Drama von Rolf Hochhuth mit dem Titel Hitlers Doktor Faust und der hat ja auch noch von diesen so Wissenschaft und Nazis und die Verantwortung der Wissenschaft und gibt es sowas wie eine neutrale Wissenschaft, sich an diesem Thema ganz viel abgearbeitet und genau diese Frage wird halt da auch verhandelt, ob ich jetzt, wenn ich große Träume von den Planetenräumen habe, bin ich dann damit okay, wenn statt, wenn Raketen statt zu den Planetenräumen dann irgendwie nach, was weiß ich, nach, nach Pinner, nach Pinner in Middlesex geschickt werden. Ja. Obert stirbt 1989 in Feucht, der bleibt da halt einfach und das taugt ihm da. Und ja, heute kennt man seinen Namen jetzt eher nicht so. Also dieses Buch von Mellem hat glaube ich nochmal ein bisschen für Publicity gesorgt, aber sonst, wenn man so an Raketengedöns denkt, dann ist es glaube ich doch halt einfach irgendwie Werner von Braun, weil der halt auch einfach ein exzellenter Marketer war. Wenn man nicht gerade aus Feucht kommt und dann irgendwie zwei, drei Jahre mit der Bagage ins Museum sind. Da sind die Leute, glaube ich, Topfans. Also meine Frau meinte auch, ja, ja, den kenne ich hier, das ist ja in Feucht. Elton John hatte mehr Glück. Ich denke auch. Jetzt kann man mal so sagen, hoffe ich mal für ihn. Ich glaube, also er war auch, also der Obert war bestimmt auch irgendwie ganz konzulierter, steinalt geworden. Und ja, Elton John geht es glaube ich richtig gut. Knallhartes Rockstar-Leben. Jetzt glücklich verheiratet, zwei Kinder, jedes Jahr irgendwie ein Adelstitel und ein Ritterschlag. Tritt mit irgendwelchen Superstars immer noch auf, mit den Jungschen und so. Ich habe, glaube ich, sowieso mal ein Interesse, mich jetzt nicht völlig in dieses Döve reinzustürzen, aber ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass ich irgendwas total fürchterlich finde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden und bleibt uns den Sommer über gewogen. Lest Bücher, baut euch Raketen, macht irgendwas Cooles und wir hören uns, ja, ich denke mal so in der ersten oder zweiten Augustwoche wieder, wenn es wieder heißt Geschichte ungenügend und bis dahin bleibt uns gewogen. Macht's gut, ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Yes. Oder einen Winter, wenn ihr auf der Südhaltkugel seid. Weiß man ja nicht. Ja, oder wenn ihr das im nuklearen Winter hört oder in der Klimakatastrophe, dann weiß ich, weiß ich. Oder im Orbit. Weiß ich auch nicht. Macht's gut. Tschüss.